Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Dizzy Finger, dem malte ich am Mittwoch. Mein Name ist Krygen und heute möchte ich euch zeigen, wie ich diesen Fire Warrior, der Tau Sept, der Tau bemalt habe. Ich hatte mir überlegt, ich mache mal wieder ein kodextreues Farbschema. Entsprechend ist es das Farbschema der Sept Tau geworden. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, kommt auch gerne bei mir vorbei auf Krygen Let's Paint. Auch hier veröffentliche ich regelmäßig Videos rund um die Bemalung von Miniaturen. Auch darüber würde ich mich sehr freuen und ich würde sagen, wir starten sofort mit der Bemalung. Vorweg sei gesagt, die Miniatur wurde damals von mir beim Erscheinen der Tau gekauft und zusammengebaut. Also sprich, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Entsprechend ist auch der Zusammenbau gar nicht so dolle. Sprich, der linke Arm hält die Waffe zum Beispiel nicht fest. Das müsst ihr mir bitte bei dem Video hier nachsehen. Ich habe die Miniatur quasi so genommen, wie ich sie damals zusammengebaut hatte und ich hatte sie damals auch bereits schon einmal fertig bemalt. Entsprechend kommt jetzt hier keine Grundierung zum Einsatz. Für das Video habe ich allerdings die Miniatur im Vorfeld mit einem dunklen Braunton bemalt. In dem Fall war es Rhinoxide und im Anschluss dann mit Nuln Oil geschadet. Nachdem das Shade dann getrocknet war, habe ich mich erstmal um die Stoffpartien der Rüstung gekümmert. Diese wollte ich mit einer Trockenbürsttechnik bemalen. Entsprechend habe ich mit Gorsow Brown die gesamte Miniatur einmal trocken gebürstet. Wichtig waren jetzt einmal die Stellen, die halt hinterher nicht von Panzerplatten bedeckt werden. Die nächste Akzentschicht der Stoffelemente wurde mit Bane Blade Brown trocken gebürstet. Auch hier habe ich die Farbe ein bisschen stärker ausgebürstet, sodass nur die höher gelegenen Stellen dann tatsächlich auch die Farbe abbekommen. Im Folgenden wurden dann die Panzerplatten und die Waffe bemalt. Diese haben eine Grundschicht XV88 abbekommen. Die Farbe habe ich hier mit einem normalen Pinsel einfach aufgemalt und habe darauf geachtet, dass ich nicht mehr auf die Stoffpartien der Rüstung komme. Nachdem dann die Grundfarbe soweit aufgetragen war, habe ich mich dafür entschieden, das gesamte Modell noch einmal mit Agrax Earthshade zu schaltieren. Also sprich auch über die braunen Stellen rüber zu gehen. Ich wollte, dass das Shade in dem Bereich nochmal wie so ein Farbfilter ist, damit einfach die gebürsteten Farben noch ein bisschen harmonischer ineinander greifen. Nachdem dann auch das Shade getrocknet war, habe ich mit Tau Light Orange die Panzerplatten akzentuiert. Ich habe darauf aufgepasst, dass die Farbe nicht in die Vertiefungen kommt, sondern wirklich nur auf den außen stehenden Platten. Die Vertiefungen sollten schön dunkel bleiben. Dann wurde dem Tau Light Orange etwas Screaming Skull hinzugemischt. Das habe ich rein nach Gefühl gemacht. Die Farbe war so ein bisschen aufgehellt, um dann damit die Kantenakzente des Modells nachzuziehen. Sprich gerade die äußeren scharfen Kanten beziehungsweise auch alle anderen Kanten ohne Vertiefungen ist, wurden einmal vorsichtig ich dann mit einem Spitzenpinsel nachgezogen. Mit einem Farbmix aus Baneblade Brown und Screaming Skull habe ich die Hufe gemalt. Das heißt auch hier die beiden Farben wieder nach Gefühl zusammengemischt, dass sie sich ein bisschen von deren Stoffen und allem abheben und damit wurden dann quasi hier die Hufe einmal vorne und an den Seiten bemalt. Nun habe ich mich um das Sept-Abzeichen der Feuerkaste gekümmert, sprich das Symbol auf dem großen Schulterpanzer. Dies habe ich einmal im Gesamt mit Ultron Grey bemalt. Danach habe ich mit Avalon Black die höher gelegenen Stellen des Symbols bemalt. Ich habe allerdings auch darauf aufgepasst, dass möglichst nichts mehr in die Vertiefungen kommt, sondern dass das Zeichen nur oberhalb bemalt wird. Für die Linsen des Helmes und ich sage mal hier vorne diese Zieloptik und unten drunter unter dem Pulsgewehr, dieser kleine Kasten habe ich mich entschieden, all diese Bereiche rot zu malen. Hierfür habe ich diese zunächst einmal mit Corn Red grundiert. Danach kam eine kleine Schicht Watts Ducker Red auf die Bereiche drauf und dann abschließend noch mal ein Highlight Turm mit Squeak Orange und damit waren auch diese ganzen Linsen des Feuerkriegers soweit fertig bemalt. Das nächste Detail an der Waffe wurde mit Retributor Gold bemalt und zwar haben wir diesen halbierten Ball da vorne am Lauf dran. Das wurde einmal mit Retributor Gold bemalt. Anschließend kam noch einmal Null Oil auf diesen zuvor Gold angemalten Ball drauf, damit er auch ein bisschen Schattierung hat und damit war dann auch die Waffe schon mal soweit fertig. Da mir das Modell so noch nicht ganz so gut gefallen hat, sprich mir die Kantenakzente noch nicht stark genug waren, habe ich mich dafür entschieden die ganzen Kanten noch einmal mit Screaming Skull nachzuziehen und damit war dann auch die Bemalung des Modells soweit fertig. Die Kontraste zwischen hell und dunkel und die Akzente gefallen mir so wesentlich besser als zuvor. Ja, wenn euch die Bemalung des Tau Feuerkriegers auch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar, Like, Abo. Ihr kennt das Spielchen, das sind alles Dinge, die das YouTuber Herz höher schlagen lassen. Schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei, würde mich auch sehr freuen. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, ciao!